Herzlich Willkommen zurück wieder auf dem Schlachtfeld von Call of Duty 2. Ich habe mir eben gerade meine dritte Folge angesehen gehabt, wo wir das Telefonkabel reparieren mussten, davon eben der erste Teil. Und da habe ich tatsächlich eine Stelle übersehen gehabt und zwar fünfte Minute und ein paar Sekunden vorher, habe ich vergessen das Telefonkabel zu flicken. Also wenn ihr mich jetzt gerade schlecht verstehen solltet, dann liegt es garantiert da dran. Jetzt sind wir hier in der nächsten Mission. Mal sehen, was uns hier erwartet. Okay Genosse, hier ran, gehen wir! Mein Name ist Vasili Micha Koslo Vasili Und ich verpasse gerade meinen Flieger. Das ist natürlich... Was ist hier? Ich bin. Wenn ich ja ein bisschen.